Weil wir jetzt live weitermachen und da schlagen wir mal einen Bogen zu instrumentaler Musik, beschaulicher, aber auch digitrein, witzig, lustig, die Gypsy Heartbeats sind bei uns zu Gast und die wollen uns auch endlich mal spielen. Lehnt euch zurück, entspannt euch, fühlt hin in diese schöne getragene Musik, viel Spass mit den Gypsy Heartbeats. Guten Abend, wir sind die Gypsy Heartbeats, das ist Carlo Krause und Eichli Krause, ich bin Sascha Tschernian, wir spielen Gypsy Jazz und wir wünschen euch viel Spass beim Zuhören, beim Zuschauen. Unser erstes Stück heisst Nuit de Saint-Germain-des-Prés. Applaus Musik 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 jud Musik 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 Applaus 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 Vielen Dank. Unser nächstes Stück heißt Checker der Saudade von Antonio Carlos Robim Musik 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 Unser nächstes Stück ist ein Walzer, es heißt Ciotti. Musik 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 Das nächste Stück kennt ihr alle, es heißt Song de Lothurn. Das nächste Stück kennt ihr. 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 Und unser letztes Stück für dieses Set ist eine eigene Komposition. von Eichel Krause für seine Tochter Sunni. Das Stück kennt ihr. Und dann ist er. 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 Im Radio. Am Fernseher. Ist das nicht schön? Schöne Musik. Lasst ihr euch verzaubern? Geht es euch wie mir? Sie tragen einen richtig weg. Das ist schön. Das sind die Gypsy Heartbeats. Da haben wir noch einen Applaus verdient, denke ich. Herzlich willkommen bei uns. Sehr, sehr, sehr schöne Musik. Herzlich willkommen hier bei Nightlife. Das war auch ein Experiment. Ich war auch sehr, muss ich sagen, beeindruckt. Ich dachte, Mensch, instrumental. Habe ich da was falsch verstanden? Aber so, toll. Der Gypsy-Sound. Davon gibt es auch nachher noch mehr. Wir stellen sie natürlich noch mal vor. Ich bin auch ganz beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich klasse. Das bringt eine ganz tolle Stimmung rüber. Ich hoffe, es geht euch genauso. Ihr wollt es live, ihr wollt es heftig. Herzlich willkommen hier mit den Gypsy-Heartbeats. Und da sind sie. Wir spielen weiter mit einem Stück von Carlos Santana. Moonflower. Mondblume. Musik. 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 Musik 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 Das nächste Stück ist ein Walzer, es heißt Chan Chu Musik 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 Und das nächste Stück ist von Charlie Parker. Es heißt Donna Lee. Musik 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 Und das nächste Stück ist wieder eine eigene Komposition. Diesmal von mir. Das Lied heißt Little Grey Rain Cloud. Ist ursprünglich mit dreistimmigen Gesang. Aber heute machen wir das instrumental. Musik 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 Tears in Heaven from Eric Clapton guitar solo 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 Und ein Stück von Django Reinhardt, Django-logie heißt es. guitar solo 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 guitar solo